Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist auch der Tag, an dem die Familie von Shaniluk traurige Gewissheit erfährt, dass die 22-jährige Deutsche von der Hamas getötet wurde. Angst und Sorge wachsen auch bei den Angehörigen der mehr als 200 weiteren Geiseln, die noch immer in den Händen der Terroristen sind. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial. Während israelische Soldaten in den Gazastreifen vordringen, veröffentlicht die Hamas heute ein weiteres Video von mutmaßlichen Geiseln. Von grausamem Psychoterror spricht der israelische Ministerpräsident Netanyahu und hat eine gute Nachricht. Eine Soldatin wurde jetzt befreit. Für die Angehörigen der entführten Deutsch-Israelin Shaniluk gibt es seit heute keine Hoffnung mehr. Die 22-Jährige ist tot. Freunde und Familie von Shaniluk vor rund zwei Wochen in Tel Aviv beim Besuch von Kanzler Scholz in Israel. Dort hatten sie noch die Hoffnung, dass sie am Leben ist. Doch heute die traurige Gewissheit. Die 23-jährige Deutsch-Israelin ist tot. Die Familie und auch die deutsche Botschaft in Israel bestätigen, dass sie im Zusammenhang mit dem brutalen Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober ums Leben kam. Ich empfinde auf der einen Seite Traurigkeit, weil es keine Chance gibt, dass sie zurückkommt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Sie hat wahrscheinlich nicht gelitten und ist ziemlich am Anfang gestorben. Luk war beim Überfall der Hamas auf ein Musikfestival entführt und verschleppt worden. Seitdem galt sie als vermisst. Bundeskanzler Scholz bezeichnete die Ermordung von Shaniluk als furchtbare Tat und Barbarei. Über die Situation der Geiseln, wir haben es gehört, wahrscheinlich ist es noch über 239, möchte ich jetzt mit Gerhard Konrad sprechen. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter beim Bundesnachrichtendienst in Nahost, der früher bei Verhandlungen bei einem Gefangenenaustausch mitgewirkt hat. Herr Konrad, wie hat sich denn durch das Vordringen der israelischen Armee in Gaza die Lage der Geiseln verändert? Möglicherweise gar nicht zu dramatisch, weil die Geiseln ja sehr verteilt über den Gazastreifen offensichtlich untergebracht worden sind. Wir haben ja jetzt erlebt, dass auch eine Geisel hat befreit werden können durch die israelischen Streitkräfte. Hamas hat ein Interesse daran, die Geiseln weitgehend bei sich zu behalten, am Leben zu behalten, um mit ihnen Verhandlungen zu führen, über sie Verhandlungen zu führen. Was wir ja auch schon die ganze Zeit an Verlautbarung erleben. Heute hat die Hamas ja ein weiteres Video mit Geiseln veröffentlicht. Ist der Zeitpunkt genaues Kakü? Ja, natürlich. Wie schon gesagt, das war auch schon in den vorherigen Fällen, so viele gab es nicht, aber zwischen 2006 und 2011 mit dem Soldaten Gilad Jalit genau das Gleiche. Es wird eine gezielte Psycho-Operation gegenüber Israel und gegenüber den trauernden und verängstigten Familien geführt, um Netanyahu unter Druck zu setzen. Ja, inwieweit kann denn die israelische Regierung beim Vordringen in Gas überhaupt Rücksicht nehmen auf die Geiseln? Natürlich nicht direkt, weil sie ja auch gar nicht wissen, wo die Geiseln ganz exakt da sind. Aber sie gehen schrittweise vor, wie wir meinen zu sehen. Das heißt, relativ langsam, auch um die eigenen Soldaten zu schützen. Und dadurch bleibt natürlich auch die Chance für Hamas, wo nötig, Geiseln aus der Kampfzone zurückzuziehen. Das sind ja auch deutsche Staatsbürger unter den Geiseln. Wer kann da noch vermitteln und wie groß ist die Hoffnung? Die ist genauso groß oder klein wie für die anderen Geiseln. Hier kann man in der Tat erstmal von einer faktischen Schicksalsgemeinschaft ausgehen. Und die Vermittlungen, die Verhandlungen können nach Lage der Dinge derzeit entweder über die Kataris oder die Ägypter geführt werden. Hier wird Deutschland genauso wie jeder andere Staat, dessen Staatsbürger in Hamas Hand sind, gut beraten sein. Und das tun sie ja auch intensiv mit diesen beiden Vermittlerstaaten und natürlich mit Israel in Kontakt zu treten und eine gemeinsame Verhandlungsposition einzunehmen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Gerhard Konrad. Danke, Frau Bülter. Ja, die Hamas ausschalten, das ist das erklärte Ziel Israels. Doch wie? Während die Hamas die Zivilbevölkerung hemmungslos als Schutzschild nutzt und über ein weitverzweigtes Tunnelsystem verfügt. Und was ist der Plan Israels nach der Offensive? Bevor wir darüber reden, zunächst Britta Jäger über die wohl wichtigsten Strippenzieher hinter den brutalen Anschlägen der Hamas. Schlag das Schwert gegen das Schwert. Wir besingen Mohamed Daif. Palästinenser im Westjordanland feiern einen Mann, der beim schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels maßgeblich die Strippen zog. Mohamed Daif ist Anführer des militärischen Arms der Hamas und ein Phantom. Kaum jemand in Nahost weiß, wie der heute Ende 50-Jährige aussieht. Siebenmal sollen die Israelis bisher versucht haben, Daif zu töten. Konnten ihn mit Luftschlägen, 2014 zum Beispiel, aber wohl nur verwunden. Daif soll nie zu Hause schlafen, keine Telefone benutzen, Befehle nur mündlich oder auf Papier erteilen. Und so die Invasion ungehindert im Verborgenen geplant haben. Gemeinsam mit Yachiyah Sinwar. Seit 2017 ist er Hamas-Chef in Gaza, kämpft kompromisslos für die totale Vernichtung Israels. So Gott will, werden wir über euch kommen, als dröhnende Flut. Mit zahllosen Raketen. Mit einer endlosen Schar von Soldaten. Eine Drohung, die er jetzt wahrmachen konnte. Auch weil die Israelis den Verurteilten mehrfach Mörder 2011 freiließen. Gemeinsam mit 1027 anderen palästinensischen Gefangenen. Im Tausch gegen eine einzige israelische Geisel. Im jetzt tobenden Krieg mit Israel hat Sinwar de facto das Sagen. Auch wenn andere in der Hierarchie der Hamas über ihm stehen. Ismail Hanye ist oberster Führer der Terrorgruppe. Steuert deren Politbüro vom fernen Katar aus. Erst im Juli war Hanye zu Besuch beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Ankara. Und empfing eine Woche nach dem Blutbad in Israel den Außenminister des Verbündeten Iran. Wie ein Staatsmann in Doha. Es sind wohl vor allem diese drei Männer, die den groß angelegten Überfall auf Israel planten. Und jetzt für die Palästinenser über den Krieg im Gazastreifen entscheiden. Und in Berlin ist der Nahost-Experte Daniel Gerlach zugeschaltet. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Gerlach, was wissen Sie über die aktuelle Situation in Gaza? Die Situation in Gaza kann ich von hier aus nicht beurteilen. Aber ich glaube, im Hintergrund laufen parallel zu den Militäroperationen der Israelis, die noch nicht im vollen Ausmaße stattgefunden hat, Verhandlungen. Und der Druck ist extrem groß. Ich habe gehört, dass in Katar am vergangenen Wochenende der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad gewesen ist, David Barnair, der offensichtlich mit den Kataris ziemlich hart an einer Möglichkeit arbeitet, wenigstens die zivilen Geiseln aus Gaza rauszubekommen. Und zumindest haben die Kataris verlauten lassen, dass sie glauben, dass die Hamas dazu bereit wäre, zumindest die Zivilisten rauszulassen in der Logik, dass man später vielleicht die militärischen Geiseln dann gegen Hamas-Kämpfer in israelischen Gefängnissen austauschen könnte. Und diese Situation findet parallel zu den Militäroperationen statt. Und entsprechend kann man sich vorstellen, dass der Druck sehr groß ist, weil die politische Führung sich natürlich im Zweifel für das eine oder das andere entscheiden muss. Und die israelische Regierung hat deutlich gemacht, dass sie mit der Hamas nicht verhandeln möchte, dass sie die Hamas zerstören möchte. Und das ist natürlich ein Interessenkonflikt, was die Lage der Geiseln und die Kontrolle des Gaza-Streifens betrifft. Ja, in welchem Stadium der Militäroperation sind wir denn gerade? Das ist jetzt noch nicht die große Bodenoffensive, haben Sie gerade angedeutet? Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass man ankündigen möchte, wann diese große Bodenoffensive stattfindet. Wie soll das auch sein? Man geht eben schrittweise vor. Ich habe jetzt den Eindruck, dass man versucht, den Gaza-Streifen erstmal in zwei Teile zu trennen, um eben den Norden Gazas vom Süden abzuspalten und dann letztendlich die Angriffe auf den Norden auszurichten. Wo es übrigens immer noch sehr viel Zivilbevölkerung geben soll in Gaza-Stadt. Aber das scheint die Logik der israelischen Operationen zu sein. Und dann stößt man Schritt für Schritt vor und versucht natürlich dabei, eigene Verluste in Grenzen zu halten. Man muss allerdings damit rechnen, dass sich die Hamas auf dieses Szenario vorbereitet hat und sich eben dort eingerichtet hat. Und viele Stimmen in der arabischen Welt lassen vermuten, dass die Hamas auf diese Situation wartet und natürlich auch hofft, dass sie den Israelis Verluste beibringen kann. Ja, wir sehen weltweit viele pro-palästinensische Demonstrationen, trotz des ja grauenhaften Massakers der Hamas. Hat Israel den Kampf der Bilder schon verloren? Ich denke, das ist für Israel, für die israelische Führung ein Stück weit zweitrangig, weil man sich mit diesem Szenario abgefunden hat. Die Frage ist, was bedeutet das für die westliche Welt? Ich komme gerade aus der Türkei zurück und habe mit großer Verwunderung gesehen, dass dort in allen staatlichen Nachrichtenkanälen von einem Genozid in Gaza gesprochen wird. Das heißt also, in der muslimischen Welt, wenn das ein Indikator ist, in der muslimischen Welt ist man der Ansicht, dass das, was dort im Gazastreifen jetzt passiert, nicht eine Antwort auf eine Terroroperation der Hamas ist, sondern Teil eines großen Plans zur Vertreibung und letztendlich auch Enteignung der palästinensischen Bevölkerung. Und wie gesagt, in einigen muslimischen Ländern wird sogar der Begriff Genozid verwendet. Und wenn man sich anschaut, wie weit wir da auseinander sind bei der Beurteilung der Lage, dann denke ich, kann das auch auf internationaler Ebene sehr, sehr gefährlich werden. Und was glauben Sie, wie wird das weitergehen in den nächsten Wochen, Monaten? Ministerpräsident Netanyahu hat ja angekündigt, dass sich die Israelis auf eine lange Operation einstellen sollen. Er hat auch, ich finde, recht düstere Worte dafür gefunden. Man hat ihm auch selber angemerkt, dass er hier nicht nur der zynische Machtpolitiker ist, sondern tatsächlich persönlich auch erschüttert und sich in einer sehr schwierigen Situation befindet, um die ihn wirklich niemand beneidet. Ich denke tatsächlich, es wird eine längere Operation geben, aber man versucht dabei immer noch, die Geiseln rauszubekommen und parallel zu verhandeln. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass man tatsächlich am Ende dazu kommen wird, den Gazastreifen komplett wieder zu besetzen und der israelischen Verwaltung zu bringen. Und die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, die ja ins Spiel gebracht wurde, dass sie möglicherweise dann den Gazastreifen kontrollieren könne, die hat schon angekündigt, dass sie das nicht tun wird. Es sei denn, es gibt einen groß angelegten Friedensplan, bei dem auch die Zwei-Staaten-Lösung, also mit einem eigenen, unabhängigen Staat Palästina, wieder auf den Tisch kommt. Vielen Dank für diese Einschätzung, Daniel Gerlach. Ja, danke Ihnen. Das war unser ZDF-Spezial zur Lage in Nahost, an einem Tag, an dem es eine gute Nachricht gibt, eine Geisel, eine Soldatin wurde befreit. Mehr Informationen jederzeit auf ZDF heute oder dann später im Heute-Journal. Hier geht es jetzt weiter mit Wieso. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017